Vorher aber auch gemacht hat sich Fusi Frosin Oberkork unter der Leitung von Jan Müller. Von ihnen gehören Sanson Variations von Felix Park. Das ist ein neues Werk von Felix Park, das ist erst seit 2009 fertiggestellt worden. Sanson Variations ist eine Reihe von Variationen über das berühmte Koralthema aus der Ordensilfonie von Camus de Saint-Saëns. Die Expertin ist wiederum Jolanda Zürcher in unserer Musikantin der Musikant der Pulsgremium und Publikum. Die Expertin ist wiederum Jolanda Zürcher in unserer Musikantin der Pulsgremium. Die Expertin ist wiederum Jolanda Zürcher in unserer Musikantin der Pulsgremium. Die Expertin ist wiederum Jolanda Zürcher in unserer Musikantin der Pulsgremium. Die Expertin ist wiederum Jolanda Zürcher in unserer Musikantin der Pulsgremium. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Applaus Applaus